Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen die besten Hochendaster vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Als begeisterter Gartenfreund habe ich den Einhell GC-EC7520T, einen elektrischen Hochendaster, auf Herz und Nieren geprüft. Dieses Gerät besticht vor allem durch seine kraftvolle Leistung von 750 Watt und das robuste 20 cm lange Schwert, das mit einer Schnittlänge von 18 cm selbst dickere Äste mühelos durchdrennt. Ein wesentlicher Nachteil ist jedoch das Gewicht von 3,6 kg, das bei längeren Arbeiten durchaus spürbar sein kann, trotz des verstellbaren Tragegurts, der für einen besseren Komfort sorgt. Im Vergleich zu anderen Modellen auf dem Markt sticht dieses Gerät durch die werkzeuglose Kettenspannung und die automatische Kettenschmierung mit einem großen Sichtfenster zur schnellen Kontrolle des Ölstands heraus. Diese Features erleichtern die Wartung erheblich und erhöhen die Benutzerfreundlichkeit. Abschließend lässt sich sagen, dass dieses Modell ideal für Heimwerke ist, die eine leistungsstarke und benutzerfreundliche Lösung für die Pflege von Gartenbäumen suchen. Seine Funktionen ermöglichen ein effizientes Arbeiten, das vor allem bei der regelmäßigen Gartenpflege von großem Vorteil ist. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche, schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Kennst Du schon den Shepach TPX 710? Dieses Gerät hat mich wirklich beeindruckt. Es handelt sich um eine Kombination aus Heckenschere und Hochentaster, was es besonders vielseitig macht. Du kannst sowohl hohe Hecken schneiden als auch Äste bequem vom Boden aus stutzen, dank des ausziehbaren Teleskopschafts. Ein kleiner Nachteil ist vielleicht, dass es mit einer Schnittlänge von 410 mm und einer Motorleistung von 710 Watt nicht die leistungsstärkste Maschine auf dem Markt ist. Doch für den normalen Hausgebrauch sollte dies mehr als ausreichend sein. Im Vergleich zu anderen Geräten seiner Klasse fällt dieses Modell durch sein geringes Gewicht und die einfache Handhabung positiv auf. Die Möglichkeit, den Schneidkopf in 5 Stufen zu neigen und schnell zwischen Heckenschere und Hochentaster zu wechseln, hebt ihn von vielen Konkurrenzprodukten ab. Zusammengefasst, dieses Gerät ist eine hervorragende Wahl für Hobbygärtner und all jene, die ein flexibles und einfaches Tool für die Gartenpflege suchen. Die Kombination aus Leichtigkeit und Vielseitigkeit macht ihn zu einem unverzichtbaren Helfer im Garten. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Heute stelle ich dir den ICRA IEAS 750 vor, einen elektrischen Hochentaster, der mir besonders wegen seiner Flexibilität und Effizienz aufgefallen ist. Dieses Gerät ist ideal für das Beschneiden von Ästen bis zu einer Höhe von 4 Metern. Besonders praktisch finde ich den verstellbaren Teleskopschaften, das leichte Gewicht, welches ein komfortables Arbeiten ermöglicht. Ein kleiner Kritikpunkt könnte die begrenzte Schwertlänge von nur 20,3 cm sein, die bei sehr dicken Ästen an ihre Grenzen kommen könnte. Für umfangreichere Baumschnittarbeiten könnte dies eine Einschränkung darstellen. Was mir an diesem Modell im Vergleich zu anderen ähnlichen Geräten auffällt, ist die Kombination aus leistungsstarkem 750-Watt-Motor und der einfachen Handhabung durch den Teleskop schafft. Zudem wird das Gerät mit einem automatischen Kettenspanner geliefert, was das Nachjustieren der Kette erleichtert und Werkzeug überflüssig macht. Abschließend kann ich dieses Modell besonders für private Gärten und kleinere Anwesen empfehlen. Seine Handlichkeit und die einfache Wartung machen ihn zu einem verlässlichen Werkzeug für regelmäßige Pflegearbeiten im Garten. Der WORX WG349E.9 ist ein kabelloser Hochentaster, der mit seiner kompakten Bauweise und dem geringen Gewicht besonders handlich ist. Durch den ausziehbaren Teleskopstil erreichst du eine Höhe von bis zu 3,6 Metern, was das Arbeiten auch in höheren Baumregionen ohne Leiter ermöglicht. Einen kleinen Nachteil könnte man darin sehen, dass die Schwertlänge mit 20 cm für sehr dicke Äste möglicherweise nicht ausreichend ist. Dies sollte jedoch für die meisten Anwendungen im häuslichen Garten keine Einschränkung darstellen. Im Vergleich zu anderen Modellen punktet dieses Gerät mit Features wie der automatischen Kettenspannung und Schmierung, die eine einfache Wartung und effizientes Arbeiten ermöglichen. Hinzu kommt der 180 Grad drehbare Griff, der ergonomisches Arbeiten in verschiedenen Positionen unterstützt. Zusammenfassend ist dieses Modell ideal für Heimwerker und Gartenliebhaber, die eine leichte und effiziente Lösung für das Beschneiden von Ästen suchen. Die Kombination aus Leistung und Bedienerfreundlichkeit macht ihn zu einer empfehlenswerten Wahl für die Gartenpflege. Wenn du einen zuverlässigen Helfer für deinen Garten suchst, könnte der Gardena TCS 2018 Volt P4A genau das Richtige für dich sein. Dieses Akku-Hochentaster-Modell ermöglicht dir, Äste sicher vom Boden aus zu erreichen, ohne eine Leiter benutzen zu müssen. Die maximale Reichweite von bis zu 4 Metern und die flexible, abwinkelbare Kopfkonstruktion machen es einfach, auch schwer zugängliche Stellen zu bearbeiten. Ein Nachteil dieses Modells ist, dass es ohne Akku und Ladegerät geliefert wird, was für manche Nutzer zusätzliche Anschaffungskosten bedeutet. Dies könnte insbesondere dann ärgerlich sein, wenn du keinen kompatiblen Akku von Gardena bereits besitzt. Im Vergleich zu anderen Modellen auf dem Markt zeichnet sich dieses Gerät durch seine leichte Bauweise aus, die das Arbeiten über längere Zeit erheblich erleichtert. Das Gewicht von nur 3,1 kg ohne Akku ist besonders hervorzuheben, da es die Handhabung wesentlich komfortabler macht als bei schwereren Modellen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Modell ideal für private Gärten ist, wo gelegentlich höhere Äste geschnitten werden müssen. Wer bereits Geräte von Gardena mit kompatiblen Akkus besitzt, wird hier besonders profitieren. Die einfache Handhabung und die körperliche Entlastung, die dieses Gerät bietet, machen es zu einer klugen Investition für Hobbygärtner. Stell dir vor, du stehst sicher auf dem Boden und kannst trotzdem die obersten Äste deiner Bäume pflegen. Genau das ermöglicht der Kärcher PSW 1820. Diese akkubetriebene Hochendaster ist besonders benutzerfreundlich, mit automatischer Kettenschmierung und einfacher Kettenspannung, was die Wartung minimiert und den Bedienkomfort maximiert. Einer der wenigen Nachteile ist, dass Batterie und Ladegerät separat erworben werden müssen. Dies könnte für einige Anwender eine zusätzliche Investition bedeuten, insbesondere wenn sie keine anderen kompatiblen Kärcher 18 Volt Geräte besitzen. Was diesen Hochendaster von anderen unterscheidet, ist das leichte und kompakte Design, das das Arbeiten erleichtert, sowie die Möglichkeit, die Kettenspannung ohne Werkzeuge einzustellen. Sein um 30 Grad geneigter Kopf ermöglicht es dir, Äste effektiv und bequem zu schneiden, während du sicher auf dem Boden stehst. Zusammengefasst ist dieses Modell ideal für Besitzer von Kärcher 18 Volt Produkten oder solche, die in ein langlebiges und effizientes System investieren möchten. Er bietet eine hohe Manövrierfähigkeit und Komfort, was ihn zu einem wertvollen Werkzeug für jeden Garten macht. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!